Guten Tag ihr Lieben aus Uganda, der Perle Afrikas. Das letzte Video war auf Englisch und zwar mit meinem neuen Gott gesandten Sohn Edi Kenzo. Und ich habe so viele Anfragen bekommen, warum ist das nicht auf Deutsch? Wisst ihr, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Ich habe vor Jahren das Wort bekommen aus der Bibel, deine Söhne kommen von weit her. Und als der Edi an meinem Geburtstag eingeladen wurde von meinem Sohn Patrick und der Patrick mir sagte, es kommt heute eine Überraschung, habe ich Edi getroffen. Ich fand ihn sehr sympathisch, er hatte keine Ahnung wer er ist. Und ich habe ihn dann umarmt und spürte, ich habe einen kleinen Jungen in meinen Armen, sehr verschüchtert und sehr einsam. Dann frage ich ihn, warst du sehr viel einsam in deinem Leben? Sagt er ja. Ich habe meine Mutter verloren, wie ich dreieinhalb, vier Jahre war. Mein Geburtstag ist nicht sehr sicher. Und ich wurde dann nach dem Tod meiner Mutter mit meinem zwei Jahre älteren Bruder auf die Straße geschickt als Straßenkind. Und ich war 17 Jahre Straßenkind. Und heute ist Edi Kenzo der beliebteste, bekannteste Sänger in Uganda und in vielen Teilen der Welt. Er ist ein Hoffnungsschimmer für viele Menschen. Und so möchte ich heute, er wird auf Englisch sprechen und ich werde es übersetzen, sein Zeugnis auf Deutsch machen, damit es viele verstehen können und leitet es weiter. Es ist ein Zeugnis, dass Gott heute noch Wunder tut und dass er Nobody sucht, aus denen macht er Somebody for Everybody. Und Edi ist so ein Mensch. Er war ein Nobody. Gott hat ihn zu einem Somebody gemacht und jetzt für everybody. Also Gott sucht die eigentlich nichts für die Welt bedeuten, macht jemanden aus denen für jeder Mann. Und das ist ein Leben, das wirklich spricht von der Herrlichkeit Gottes. Edi, shoot. I am translating. Hey, thank you Mama. First and foremost, I want to introduce myself again. Jetzt möchte ich mich noch einmal vorstellen. Yeah, my name is Edi Kenzo. Mein Name ist Edi Kenzo. And I was born in Buganda, central of Uganda. Und ich wurde im Zentrum von Uganda geboren, in Buganda. Ja, in Massaker District. In Massaker District, ja. And I was homeless for over 13 years on the street. I spent around 17 years of a homeless life. Ich habe über 17 Jahre als heimatloses Kind gelebt, auf der Straße. Ja, aber jetzt bin ich Gott sei Dank kein Straßenkind mehr. Ich bin Gott sei Dank einer der bekanntesten Musiker Afrikas. Und ich bin so dankbar Gott gegenüber. Ich fühle mich so sicher und ich bin so glücklich. Gott hat mich als ein Nichts gefunden und hat daraus etwas gemacht für jeden. Yes. I was a homeless for a long time. Lange, lange war ich heimatlos. But right now I am one of the biggest artists from Africa. Und jetzt bin ich einer der größten Künstler Afrikas. And I am taking care of so many street children and many poor families. Und mein ganzes Lebensziel ist, und das tue ich jetzt auch, ich versorge ganz viele Straßenkinder und arme Familien. My mom came from Rwanda with her father. They came to Uganda. Meine Mutter kam aus Rwanda mit ihrem Vater nach Uganda. Und wir hatten dann drei Kinder. Ja, wir waren drei Kinder. And I lost my mom when I was very young. Ich habe meine Mutter verloren, als ich sehr jung war. And that's why we went on the street. That's what made us go to the street for all that long. My sister went away, and my brother went on his way, and I also went on my way, because we didn't have anyone to stay. Nach dem Tod meiner Mutter, ich will das noch ein bisschen mehr erklären, hat uns der Hausbesitzer rausgeschmissen aus dem Haus. Jemand hat meine Schwester übernommen, die war eineinhalb Jahre. Mein Bruder ging seine Wege und ich ging meine Wege als kleine Kinder. Als meine Mutter starb, sie left her father, who was around 85 years old, war noch ihr Vater hier bei uns, aber der war schon ungefähr 85. And he died of depression, he felt so lonely, because for us we were very younger, and he didn't have anyone to take care of him anymore. Und er war, er ist eigentlich an Depression gestorben, er hatte niemanden mehr, der für ihn sorgt, und er konnte für uns Kinder nicht sorgen, und so ist er gestorben. And he was buried in a city council land, because we didn't have any property. Und er wurde in einem unbekannten Grab verscharrt, denn wir hatten keinen Landbesitz. Ja, I'm going to try to shorten the story, because it's a long story. I want to shorten it, so that we can, people can... Ich möchte die Geschichte etwas kurzer machen, ist eine sehr lange Geschichte, aber er werde später noch mehr davon hören. I started my first job, I started working at an age of five, around five to four. I was getting five thousand per month, I was taking care of the cattle. Zwischen vier und fünf war ich ein Hirtenjunge, für Kühe, und 5.000 Schilling sind 1,25 Euro per week, oder per month? Per month. Im Monat habe ich als Lohn 1,25 Euro bekommen. I think it's around 1 Euro, yeah? And 25 cents. Yes, I was very young, and I didn't know anything by then, so... I quit, because they were beating me, I was, you know... I was waiting the bed, I was very young, you know... Ich, ich hab noch mein, mein Bett ge... Ich hab noch ins Bett gemacht in dem Alter, und ich, ich war einfach zu jung, um, um auf Tiere aufzupassen, und dann haben sie mich weggeschickt. Yeah, so I also ran away from there, I decided to go to Masaka, to check, to look for my father. Und dann habe ich in dem, in dem jungen Alter mich entschlossen, ich gehe nach Masaka, meinen Vater zu suchen. How many miles was this over? Ah, it was like a 40, 50 minutes drive in a taxi. But how many kilometers? I think it's like around 35, 40. Also ich wollte meinen Vater suchen, der circa 40 Kilometer von mir entfernt gelebt hat. Habe ich gehört. And I didn't see him immediately, it took me like a few months. Ich habe ihn nicht sofort gefunden, Masaka ist eine größere Stadt, hat mich einige Monate gekostet. I was sleeping in a wooden theater, for the three months before I saw my father. Also es waren drei Monate, dass ich unter einfachen Umständen in einem ganz einfachen Kinosaar geschlafen habe, bevor ich meinen Vater gefunden habe. Und um, um, after I met my Father, remember I had, my brother went his way to come and look for her father. And I also went my way. My little sister, one years old, she was taken by, I'm sorry, a woman, you know, someone took her. And I went, I, I first met my brother in the taxi park, he was also a street kid. So, also nachdem wir aus dem Haus rausgeschmissen wurden von dem Hausbesitzer nach dem Tod meiner Mutter, wurde meine kleine Schwester von einer Frau übernommen. Mein Bruder ging seine Wege, er wollte sofort den Vater finden und ich ging meine Wege. Und erst drei Monate später, nachdem ich nach Masaka kam, fand ich meinen Bruder in einem Taxipark. Yes, when I met my brother, he took me to our father who was a gate man. Und als ich meinen Bruder traf, hat er mich dann zu unserem Vater genommen, gebracht und der war ein Torhüter. Also er war ein, er hat einfach die Türe in einem gewissen Anwesen aufgemacht. Er war der, wie würde es auf Deutsch sagen, der Torhüter. But we were not allowed to stay with him because he had a small house and the company he was working for, they never allowed him to have his children. Und die Firma, mit der er gearbeitet hat, wollte, hat nie zugelassen, dass er jemanden bei sich hat. Er hat ganz ein kleines Haus gehabt und wir konnten also nicht mit ihm sein. So, we could only stay in a distance when he sees us, he comes near and talks to us, but we could not go where he was staying. So, we mussten, mein Bruder und ich mussten immer in einer Distanz zu diesem Tor stehen bleiben, bis er uns gesehen hat und dann kam er und hat zu uns gesprochen. After talking to us, maybe giving us anything to eat like posho, he tell us to go and sleep anywhere we can find. Und nachdem er uns gesehen hat und uns etwas gebracht hat, meistens nur ein bisschen posho, was eigentlich bei uns polenta ist, hat er gesagt, jetzt geht wieder bitte und lasst mich alleine. Ich habe auch keine besondere Ausbildung, schulische Ausbildung, ich bin eingestiegen in die Schule, in die dritte Klasse Volksschule. Wie alt war er da? Ah, Mama, ich erinnere mich nicht. Ich bin nicht sicher von meinem Alter. Ja, er kann sich nicht mehr erinnern, denn sein Alter ist ungewiss. Er hat kein Geburtsdatum, das erkennt. Ja, aber eine meiner Mutter, sie sagte mir, ich war zwischen 1990 und 1991. Also, eine Freundin meiner Mutter hat mir gesagt, dass ich zwischen 1990 und 1991 geboren wurde. Und? Ja. Wann hast du deinen Geburtsdatum und deinen Geburtsdatum? Ich habe den 25. Geburtstag gewählt. Er hat jetzt den 25. Dezember gewählt, denn er will mit Jesus' Geburtstag haben. Ja, ich wollte meinen Geburtsdatum mit Jesus feiern. Amen. Ich fühle mich gut daran. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Der Herr Jesus und ich haben am gleichen Tag Geburtstag. Ja. Und die Person, die mich um mich zu studieren hat, hat Probleme bekommen, und hat mich zurück auf die Straße. geschickt. So, die Person, die mich da in die Volksschule gebracht hat, hat Probleme bekommen, und hat mich wieder auf die Straße geschickt. Ja. Und ich habe schon sehr früh die Gesellschaft von Fußballern gesucht und habe dann ihre Teller gewaschen und geholfen aufzuräumen, was ich helfen konnte als kleiner Junge. Ja. Und die haben mich dann auch nach Kampala gebracht. Und der erste Platz in Kampala, den ich getroffen habe, wo ich mich befunden habe, war Nachivu. 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 Es ist ein Fußballstadion und da fühlte ich mich wohl. Und da habe ich wieder unter den Stiegen geschlafen. Und dann hat mich wieder ein Freund zu sich nach Hause genommen. Dann habe ich in Mango gelebt. Und dann habe ich in einem Sportsclub unter zwölf Jahre gespielt als Fußballer. Ja. Von dort wollten sie mich wieder zurückbringen in die Schule. Von dort wollten sie mich wieder zurückbringen in die Schule. Ich habe angefangen mit der dritten Klasse, die habe ich fertig gemacht, Volksschule, und bin dann gleich in die erste Klasse Mittelschule gegangen, weil ich dazwischen keine Gelegenheit hatte, in die Schule zu gehen. Ich konnte nur bis zur dritten Klasse Mittelschule in dieser Schule bleiben, denn in der vierten, wo es dann um die mittlere Reife ging, musste ich ein Abschlusszeugnis von der Volksschule haben. Und das hatte ich nicht. So konnte ich nicht weitermachen. Ich wusste nichts in der Schule. Aber ich wollte dort bleiben, damit ich lerne, wie man mit guten Familien sozialistisch mit Leuten aus guten Familien, als ich ein Kind war. Also habe ich in den drei Jahren viel gelernt, wie man sozialistisch, wie man liebt, wie man mit Leuten sein kann. Die ganzen drei Jahre in der Mittelschule war ich eigentlich ein schlechter Schüler, aber ein extrem guter Fußballer. Und so haben sie mich behalten. Und ich habe wenig gelernt dort, aber ich habe gelernt, in Gesellschaft von Menschen, die aus einem anderen gesellschaftlichen Bereich kommen wie ich, zu leben, sie zu lieben, sie zu verstehen. Ich habe sehr viel durchgemacht in meinem Leben, aber ich möchte die Geschichte verkürzen, sodass wir nicht ewig dran sind. Es ist mein großer Herzenswunsch, dass die Geschichte von Eddie geschrieben wird, dass ein Buch geschrieben wird. Wir suchen gerade jemanden. Aber auch, dass sein Leben verfilmt wird. Denn ich glaube, diese Geschichte würde ganz vielen Menschen, die ohne Hoffnung leben, Hoffnung bringen. Ich habe viel durchgemacht und ich kann auch in der realen Leben lernen, weil es mir sehr helfen hat, wer ich bin. Ich wusste nichts über Englisch, aber ich habe versucht, so viel wie ich kann, zu lernen, damit ich mit allen in der Welt kommunizieren kann, weil es eine internationale Sprache und es hilft. Ich glaube, ich bin nicht so gut, aber ich bin nicht so schlecht. Ich versuche es. Er unterstappelt. Er sagt, er hat immer versucht, alle Möglichkeiten, die er bekommen hat, so viel wie möglich zu lernen. Er glaubt, er spricht sehr schlecht Englisch, aber das ist natürlich eine Fehleinschätzung. Er spricht sehr gut Englisch. Er sagt zu mir, dass die Sachen, die Probleme, die er durchgemacht hat, eigentlich sein heutiges Kapital sind. Denn dadurch versteht er andere Menschen in den selben Situationen. Er hat in seinem Leben schon auf der Straße 40, 50 verschiedene Aktivitäten ausgeübt. Wasser verkauft, auch Alkohol verkauft, Autos gewaschen. Er hat sogar Drogen verkauft. Er hat sogar Drogen verkauft. Drogen verkauft. Drogen verkauft. Drogen verkauft. Drogen verkauft. Despite happening,なた werden wir am Besbagai Produkten fertig rocking in Uganda greater – So debts do you can have a mistake. 0g 2009 habe ich mein eigenes Haus gemietet. From there I became a non musician in the old Uganda. Dort ging es sehr schnell, dass ich ein bekannter Musiker in Uganda wurde. And then I did a song called stamina, very popular that we went viral. In the east afrikana community 자꾸. In 2010 hat Gott mir ein Lied gegeben, Stamina, und das ist weltweit herumgegangen. Sogar unser Präsident hat es für seine Wahlveranstaltungen verwendet. In 2014 hat Gott mir ein weiteres Lied gegeben. Das Lied heißt, ich habe keine Angst, du kannst mich nicht kaufen. Du kannst mich nicht in den Griff bekommen. Und das wurde dann in ganz Afrika sehr bekannt und sogar weltweit ausgestrahlt. Ja. So, das hat mich so populär gemacht. Das hat mich in so viele Länder zu reisen. Ich bin zu über 50 Afrika. Ich bin zu den USA, über 35 Länder. Ich bin zu der ganzen Europa. Ich bin zu China und Hongkong. Ich bin zu viele, viele Länder. Ich war schon in vielen Kontinente. Ich war in Australien, in Hongkong, in China. In allen Staaten von Europa. 35 Staaten in Amerika und 50 Staaten in Afrika. Ich bin zu Deutschland in vielen Staaten. Ich bin zu Corona, Frankfurt, München. Frankfurt in München. Ja. Und nicht in Austria. Ja. Austria, ich war da, Mama. Du war da? Ja, ich war da in einer Stadt wie Viena. Oh, er war schon in Wien. Halleluja. Ja. Ja, das ist ja. Ja. Ich bin so bekannt, dass ich mit den Kindern in meinem Video tanze. Ich liebe Kinder. Ich liebe Kinder. Ich liebe Kinder. Ich liebe Kinder. Ich bin sehr bekannt für meine Tanzgruppen. Es sind alle Straßenkinder. Und ich möchte die Talente fördern. Ja. Ich habe dir so viel über meine Geschichte erzählt, weil ich es viel überrascht habe. Aber es ist ein YouTube, wo wir keine Stunden sprechen, wir müssen es kurz machen. Aber ich werde dir meine Geschichte langsamer. Wenn meine Mutter mich hier zu sprechen, ich werde dir ein bisschen meine Geschichte jedes Mal, wenn ich hier sitze. Ja. Weil ich nicht so lange gehen wollte, aber ich habe so viele Träume. Ich habe vieles für die Gemeinschaft. Ich habe vieles für die Gemeinschaft. Ich möchte sicher, dass ich die Welt ein besseres Ort durch die Hilfen und die Straßenkinder. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Also. Also. Ich habe die Geschichte, meine Lebensgeschichte sehr verkürzt. Weil ich habe extrem viel erlebt, besonders in den 17 Jahren auf der Straße. Aber ich möchte euch dann noch in weiteren YouTubes erklären. Ich möchte gerne diese Welt in einen besseren Platz verwandeln. Ich möchte den Armen helfen. Ich möchte, dass mein Leben für viele Menschen zum Segen wird. Ich liebe euch, alle. Und ich möchte, hierher zu kommen, mit Mama zu beinterviewieren, damit ich euch die richtige Geschichte geben kann. Das ist nur meine Biografie, aber nicht meine richtige Geschichte. Meine richtige Geschichte ist ein Film. Wir planen, ein Buch zu machen. Wir planen, ein Film mit Mama zu machen. Wir planen, ein Film mit Mama zu machen. Aber ihr werdet noch viele YouTubes bekommen. Ich werde euch erzählen, auch von den ganzen Wundern, die er erlebt hat. Und ich habe ihn einmal gefragt, was ihn am meisten im Leben, also was ihn am meisten beeinflusst hat, sagt er, alle Schwierigkeiten. Durch alle Schwierigkeiten, die ich überwunden habe, wurde ich ein besserer Mensch. Und er hat mir auch verraten, dass er schon als kleines Kind sich vorgenommen hat, nie zu hassen. Nie jemandem was nachzutragen, sondern immer zu vergeben. Aber er sagt, ihr werdet noch ein Buch bekommen von seinem Leben und wir werden auch noch einen Film machen. Und stellt euch vor, da käme ich auch noch hinein. Denn er sagt, ich bin jetzt ein wichtiger Teil seines Lebens. Natürlich, weil du jetzt Teil der Geschichte bist, wie kannst du es wegnehmen? Jetzt bin ich ein Teil seiner Geschichte, weil ich seine Mutter geworden bin. Und jetzt kann ich nicht mehr auskommen, auch in diesem Film zu sein. Nein. Und bedenken danke sehr. Und wenn du mehr über mich wissen willst, dann kannst du mich fragen, oder auch du kannst auf Instagram gehen auf www.edikenso.de Facebook, Instagram, Twitter, überall! Du kannst mich über YouTube und www.edikenso.de und ich danke Gott, damit versuche ich dir besser sein zu sein. So, wenn ihr mehr von mir wissen wollt, ich bin auf YouTube, Facebook und wie die alle heißen, ihr kennt sie alle besser und mein Name ist Eddie Kenzo, E, also E, D, D, Y, K, E, N, Z, O und ihr werdet noch oft von mir hören, sagt er. Ja, wir sind in der gegenseitigen Bewunderungs-Society. Er freut sich so, dass er jetzt eine Mutter hat, die an ihn glaubt, die ihn beschützt und ich bin voller Staunen, wie Gott uns sagt. Er ist in kürzester Zeit als Mutters Sohn verbunden hat. Ich gebe ihm auch meinen ledigen Namen. Er wird in Zukunft heißen Eddie Kenzo, Bruni. Amen. Danke, Mann. Danke, Mann. Gott bless you. Daher sehen wir euch. Er liebt euch alle und das garantiere ich euch. Der liebt jeden. Shalom.